hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jackenrachen ticket und heute haben wir das spiel wirklich heißt das mhra ist das strongest hero also my hero academy viel spaß ok da sind wir wieder let's play wir holen erst mal unser tages ziel ab ich habe die nachrichte dann werde ich einmal kurz auf die ganzen rote punkte wieder gehen hier 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 nichts für mich dabei was soll man hier ein euro ich hab kein euro das einmal abholen da läuft ach da unten im koffer hier friends jetzt schlecht warum wollen das so viele sind zum stül gut dass sie durch einen anderen durchlaufen ok dann raus aus ihnen er sitzt er möchte ins wet und rhein wird er möchte auch auf den stuhl zeigte oder stuhl jetzt bist du da endlich zum anderen und war erst mal die herzen ab ich glaub das war beim anderen spiel wo ich die herzen abholen musste dann bei asua lane war das ok haben alle glücklich gemacht das geht nicht hab ich nur voll rest und nettisch mit ladezeit bei den spiel ganz schlimm ich hätte das spiel ja das geht ja nicht deswegen wahrscheinlich ich hab das spiel ja ja dingens runtergeladen hinterjahr und wie ist das google play und jetzt mal noch was in der tasche also ich hab's hier runtergeladen bei google play danach muss ich das noch initialisieren und das hat sieben minuten gedauert also ich denke ich bin jetzt gleich schon fertig mit mein daily aber ich möchte es ja noch so ein bisschen spielen 22 22 22 wir nehmen mich denn da kämpft sich gegen den oder zuerst ob die lendung ist das selber ok ok es ist es es sch es es Okay. das ganze noch mal ich muss das jetzt zwar es 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 Das ging so ein bisschen schneller weg, gerade. Exit. Haben wir zweimal gespielt? Es kommt kein hier dran. Dann nehmen wir natürlich ihn. Genau, das ist da. Oh, ich muss so was aufwerfen jetzt. Okay. 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 Jetzt. Haben wir. Okay. 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 Das hat aber lange gedauert. Meine Güte. Auto, Auto, Auto. Ich hätte es nicht besser, ne? Ich hätte es nicht besser. Ah, da kann ich nichts nehmen. Und nochmal das Ganze. Ah, da kann ich nichts machen. Aufstehen. Aufstehen. Ah, da kann ich nichts machen. 19 Sekunden, 15 Stunden, 15, 19, 12, 13, 12, 13, 9, 8, 10, 6, 8, 8, 9, 8. Boah, noch 3 Sekunden. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten. Mit wem werden wir da spielen? Ich glaube den habe ich gar nicht. Doch, den habe ich. Okay, ich muss bei ihm. Den muss ich erstmal aufwerten. Den kann ich nicht aufwerten. Zurückziehen. Ja, da ist es. Super. Und zwar, ob er den jetzt noch. Oder den jetzt. Ich habe reingespielt gerade. Aber ist doch ein anderer, oder? Nee, ist doch gleich. Und das wird knapp. Schauen wir mal, ob wir was haben. Ob es da drin ist. Der Kopf müssen verteilen. Zwei Nahkämpfer. Oh, ich bringe keinen Tänker drin. Hm. Was ist das denn? Ja. 22 Sekunden. 20. Schaut. Ja. Jawohl. Zwei. Einz. Ne. Auch so ein Stück PC. Ne, ist halt es da bloß. Viel zu langsam. Ich muss noch mal kurz reingehen. Ich freue mich bei den Nahkämpfern. Wo war alles? Wo konnte man die Person einstellen? Muss ja hier irgendwo sein. War das hin? Oh, ich muss essen gehen. Meine Frau wird versorgen. Ich habe noch eine Runde, die ist hier. Gleich! Ich spiele noch einmal die letzte Runde hier. Das war einmal die letzte Runde. Nein, warum ist der da? Wo konnte ich das einstellen? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen weiterspielen. Aber ich müsste das gleich ins Pressen gehen. Kaputt. Was? Die Zeit ist schon vorbei. Okay. Wirklich fertig. Gut. Dann will ich mein Ticket mal abholen. Warte. Das einmal habe ich es nicht geschafft. Nein, Digga. Ich werde mein Ticket abholen und ich sage, es geht nicht raus. Doch. Dann sage ich mal, Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal dabei sein. Bis dahin, Chef. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.